dass die chronischen infektionen die fast alle haben wenn die reaktiviert sind wenn die unser immunsystem dominieren dann sind wir prädestiniert für jede krebserkrankung und ich habe es ja vorgelesen das waren eben fast fünf sechs sieben verschiedene krebsarten dann sind die leute schwerst benachteiligt werden schneller krank haben vielleicht mehr metastasierung und sind unter umständen auch schwerer zu therapieren möglicherweise gar nicht mehr zu retten weil die klassische krebsforschung sich jahrzehnte um diese ursachen nicht gekümmert hat weil die forschung versäumt wurde weiß man noch nicht genau wie eben diese krebserkrankung sich dann aus den vielen stolpersteinen endlich entwickelt oder wir haben sogar eine aktive infektion direkt nachzuweisen wenn ich die 10 15 jahre mit mir rum trage dann muss ich davon ausgehen dass ich möglicherweise im unterleib krebs bekommen es wird oft nicht untersucht da werden abstriche gemacht mit denen man nichts findet dann heißt es du hast nichts könnte man also sagen das ist ein anti krebsmittel wir sehen das heute auch die publikationen zeigen wenn man darmkrebs zum beispiel hat dann sieht man die chemotherapeutische anwendung hat dann manchmal am ende noch einen zusatz was da alles drin ist also hat man auch da verstanden in der krebsforschung dass offensichtlich ein zusatz von dieser substanz dazu führt dann stirbt sozusagen die krebszelle und dann geht natürlich der tumor auch zurück auf der suche nach den ursachen hat man sich um so viele stoffe gekümmert dass man offensichtlich völlig blockiert war auch mal an andere dinge zu denken die alltäglich sind herzlich willkommen zum heutigen interview mein name ist jürgen schumann und ich interview heute rolf jansen rosek und wir sprechen über das thema krebs und welche zusammenhänge und welche ursachen da vorliegen ich denke du wirst einige ja neue spannende informationen in diesem interview erhalten rolf ist experte für chronische infektionen parasiten er ist tropen und umweltmediziner hat über 50 jahre praxiserfahrung und ja hat auch viel erfahrung und viel wissen und einige spannende ansätze rund um das thema krebs und ja rolf du warst jetzt schon einige male bei mir zu gast aber was was sollte der zuhörer zuschauer noch über dich wissen bevor wir uns gleich mit der krebs thematik auseinandersetzen ja erst mal dank für die einladung und dank für dieses spannende thema eigentlich freue mich auch schon ganz besonders darauf lieber sören wir haben ja schon viel miteinander gesprochen viel im interview schon ausgetauscht an gedanken ich glaube das ist ein wichtiges thema weil ja viele eben halt auch angst vor krebs haben und ich ja immer wieder sage wie man das auch in dem anderen interview was wir geführt haben wo es um die post syndrome ging die man nicht ganz von diesem thema was wir heute besprechen trennen kann dass wir eben halt niemals mit der angst arbeiten sollen sondern wir müssen einfach aufklären und wir müssen begreifen dass eben die zusammenhänge doch nicht so kompliziert sind wie man immer angenommen hat und ich glaube im 20 jahrhundert jetzt ob das an der kai liegt oder ob das auch an vielen gedanken liegt die sich jetzt entwickeln wenn auch schon im 19 jahrhundert sich abgezeichnet hat dass ein direkter zusammenhang besteht dann sollten wir tiefer in die materie dringen und wenn jemand angst hat dann muss er fragen stellen und muss eben sein wissen vertiefen und glaubt das ist das was auch diese interviews mit dir immer wieder zum vorschein bringen sollen wie weit man eigentlich heute schon ist und wie klar man auch schon antworten auf viele fragen geben kann okay dann fange ich doch direkt an mit meiner ersten frage und zwar vielleicht kannst du mal kurz und knapp zusammenfassen was so im mainstream in der mainstream medizin die offiziellen ursachen für krebs sind und dann können wir danach darüber sprechen wie deine ansichten diesbezüglich sind ich habe den vorteil dass eben umweltmedizinische ausbildung toxikologische ausbildung gemacht habe und wir haben uns damals selbstverständlich auch mit diesen dingen beschäftigt also belastungen die durch die umwelt entstehen können zum beispiel die silikose als erkrankung der staublunge zum beispiel die mal bergwerk im bergwerk eben halt mit der hohen exposition gegenüber stäuben auch feinstäube die ja auch diskutiert worden sind letzten jahrzehnten oder auch dann zum beispiel die asbest aspekte das eben halt als best feine nadeln sind sozusagen die man als staub einatmet und dann bohren die die zellen an und dann wird eben dieses dieses equilibrium also die 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 balance sozusagen gestört unser körper funktioniert ja nur wenn er im gleichgewicht ist das yin und yang muss ausgeglichen sein ist völlig egal um was es sich handelt ob das der ph wert ist ob das die unterschiede sind zwischen der zelle und den bestandteilen in der zelle oder auch das zell die zellumgebung nehmen wir zum beispiel mal an als beispiel draußen in der natur wir haben ein stausee der in was weiß ich 500 meter höhe liegt und wenn jetzt einer ständig das wasser ablässt dann habe ich kein strom mehr weil ich natürlich das gefälle nutze und das ist bei den zellen und der umgehung der zellen genauso da gibt es ein gefälle und wie das eben halt beim kraftwerk der fall ist ich lasse das wasser aus der höhe herbstürzen und dann treibt das die turbinen an und die turbinen unseres körpers werden auf ähnliche art und weise eben halt angetrieben sogar in die eine und die andere richtung ich kann ja rein oder raus in die zelle gehen ich kann dinge einbringen in die zelle oder raus transportieren lassen die zum beispiel giftig sind also der entgiftungsprozess auch für die zelle ist ganz wichtig und das spielt sich alles an der zellmembran ab und wenn die zellmembran dann durch zum beispiel asbest staub der eben feine nadeln enthält die sind mikroskopisch klein dann werden die angebohrt und wenn ich ihm ständig eben ein loch habe in meinem meiner staumauer dann habe ich am ende kein wasser mehr drin und dann kann ich auch kein strom produzieren und gesundheit hängt eben halt von gefälle ab was wir im körper haben und von der balance zwischen dem gefälle das heißt ich darf nicht schlagartig wenn die staumauer sozusagen platzt und das ganze wasser sich in einem ergießt dann ertrinken alle die also in die flut geraten oder ich habe gar kein wasser mehr drin dann habe ich kein strom mehr das ganze lebt vom yin und yang es muss alles ausgeglichen sein und die umweltgifte das hat man sehr früh begriffen und deshalb gibt es eben halt eine asbestose also eine lungenerkrankung wo diese feinen nadeln sozusagen überall sich in der lunge verbreiten die kann der dieser das flimmer epithel kann die auch nicht rausbringen das funktioniert nicht es gibt ja so ein reinigungsprozess in der lunge und dann werden die oberflächen verändert dann werden die zellen sozusagen durchlöchert und in diesem durchlöcherten system geht gar nichts mehr ja das ist so als wenn mir die milch im kühlschrank ausläuft oder als wenn mir wie das neulich beim freund von mir passiert ist eine wasserflasche habe ich ihm angereicht und da war der verschluss oben nicht verschlossen und dann war das wasser alt im auto und die ganzen matten fußbahnen waren bis unten ins chassis rein war das wasser gelaufen und das sind die verhältnisse die wir im körper auch nicht brauchen im auto braucht man das nicht an der staumauer braucht man das nicht aber man braucht es am zellinneren oder auch in der zellmembran braucht man das nicht und es gibt viele störfaktoren eben halt aus der umweltmedizin die uns bekannt die sogenannten toxine die eben halt zu dem ort der wissenschaft der toxologie geführt haben die toxikologie zeigt auf das bestimmte gifte das kann auch zum beispiel bei brauchen der fall sein oder das kann bei bestimmten pestiziden der fall sein das kann aber auch substanzen sein die man beim bauen braucht und beim straßenbau oder die man in der chemischen industrie verarbeitet hier gibt es viele stoffe von denen man weiß dass sie den krebsprozess die entwicklung von dieser krebserkrankung vorantreiben können ich hatte mal in einem anderen video auch gesagt ist klar wenn ich jetzt bergsteigen mache und ich habe jetzt zwei krücken dann habe ich es schwerer und durch die ganzen belastungen wie in diesem falle die krücken kann ich natürlich auch leichter stolpern das heißt derjenige der bestimmte voraussetzungen für die krebserkrankung schon mitbringt vielleicht erblich vielleicht genetisch da kann man auch darüber diskutieren der ist natürlich anfälliger wenn dann solche umweltgifte auf ihn einwirken wenn er die falsche nahrung aufnimmt oder wenn er eben halt sich sehr stresst oder sein immunsystem in schwierigkeiten bringt in das immunsystem spielt auch eine ganz große rolle wir kommen auch noch auf diese zusammenhänge zwischen infektionen zum beispiel und krebserkrankungen zu sprechen wenn ich zurück mich erinnere dann gibt es ein buch wo sehr schön im letzten kapitel geschrieben worden ist das hat die tochter meines damaligen hygienechefs geschrieben frau professor ursula schlipköter die hat das buch gleich geschrieben als lehrbuch der epidemiologie verbreitung der krankheiten und da schrieb sie in dem letzten kapitel in den letzten zehn jahren das ist also jetzt selber schon 15 oder 20 jahre her in den letzten zehn jahren hat die who immer mehr darauf hingewiesen auf die zusammenhänge zwischen infektion und krebserkrankung das steht schon in diesem lehrbuch der epidemiologien schon in der ersten ausgabe drin und das liegt jahrzehnte zurück das heißt wir haben damals schon begriffen dass offensichtlich nicht nur umweltschadstoffe manchmal auch falsche ernährung denn die belastet ja das immunsystem etliche faktoren also die weit über die umweltgifte hinausgehen zum beispiel dass die rauchen ich sag's nochmal komme ich aber auch gleich auf die infektion im zusammenhang mit rauchen auch zu sprechen das wissen viele gar nicht und rauchen macht ja kein krebs sonst würden ja alle leute die rauchen krebs haben auch darüber müssen heute noch mal sprechen warum ist das nicht der fall weil offensichtlich ein agenz also eine krebs verursachende substanz eben halt nicht ausreicht und mir die krebserkrankung zu bescheren sozusagen um mich wirklich krank zu machen es sind oft wie das bei den infektionen ja auch der fall ist viele erreger sozusagen viele hunde sind es hasen tot habe ich mal gelernt und so ist das auch viele erreger sind es menschentod unter umständen und viele erreger und umweltgifte sind unter umständen die ursache für die krebsentstehung und was man übersehen hat die ganze zeit wenn man sich nur auf die toxine oder was weiß ich asphalt tea und so viele andere sachen oder farbstoffe früher wurde zum beispiel in der dermatologie farbstoffe verwendet dann hieß das in azo farbstoffe und azo farbstoffe können krebs machen und dann ist man aus dieser wunderbaren farbmedizin herausgekommen also geschmiert hat man dann immer grün oder rot und dann konnte man wunderbar offene wunden heilen egal ob da jetzt pilze viren oder bakterien drin war ich habe das selber auch noch weil ich mal früher dermatologe werden wollte habe das alles noch miterlebt und dann ist auf einmal diesen krebserregend wie man so schön sagt und dann wurden diese schönen farbstoffe verboten zum beispiel soluzio castellani oder ein oder 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 brillant grün oder so das sind also alles farben die man als krebserregend dann identifizierte das heißt auf der suche nach den ursachen hat man sich um so viele stoffe gekümmert dass man offensichtlich völlig blockiert war auch mal an andere dinge zu denken die alltäglich sind die fast alle leute haben die wir haben in unserem leben ich habe das in einem anderen video auch sehr deutlich beschrieben wir haben ja praktisch eine richtige infektions vita wir sind nie ohne keime das hat man früher mal geglaubt das ist natürlich ein irrglaube wir haben immer keime in uns die frage ist nur und das ist das entscheidende haben wir die im griff oder können die sich austoben sozusagen und das hängt von unserer immunlage ab das hängt von den äußeren einflüssen ab ich hatte die umwelteinflüsse genannt das kann aber auch einflüsse durch ärzte sein das kann auch durch therapien sein was weiß ich bestrahlung und andere dinge die nötig sind ich meine niemand würde sich bei vollem verstand jeden tag dreimal vor neunten gerät stellen wir wissen dass bestimmte strahlungen eben halt auch ein stolperstein sind um in die krebsfalle oder in die krebserkrankung hinein zu geraten das heißt es sind viele dinge die eine rolle spielen viele 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 milliarden hat man ausgegeben um das alles zu beforschen aber wie das im englischen so schön heißt they turned a blind eye to infections das heißt man hat ein blindes auge wieder engländer sagt den man war blind sagen wir im deutschen gegenüber den infektionen obwohl wie ich sagte bereits vor 30 jahren in diesem buch der epidemiologie der erkrankungen eben halt schon deutliche hinweise von der who als signalwirkung eigentlich hätten in die krebsforschung gehen können aber man hat das eben halt nicht gemacht die gründe sind mir nicht nachvollziehbar jetzt aber gibt es arbeiten auch schon aus dem jahre 2017 zum beispiel die mir auch gerade vorliegen ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich wie immer auf das interview und man ist eigentlich erschlagen wenn man die keime die wir in unserer praxis immer wieder finden die wir immer wieder diagnostizieren wenn man die heute im zusammenhang diskutiert sieht mit krebs als ursache oder wenn es nicht die ursache direkt ist dann als indirekte ursache ja ich meine wenn einer gebrechlich ist und nicht gehen kann ich habe das gesagt und an krücken geht der ist ja eh schon in seinem gehen gefährdet wenn ich dem jetzt noch ein bein stelle oder ein stein oder auch ein balken vor die füße lege und er kann vielleicht noch schlecht sehen dann stolpert er es recht und das wichtige ist eben halt man hat bis jetzt nicht genügend sich damit beschäftigt und heute weiß man auch nicht weil die forschung versäumt wurde weiß man noch nicht genau wie das einzigartig funktioniert wie eben halt diese krebserkrankung sich dann sozusagen aus den vielen stolpersteinen sozusagen dann letztendlich entwickelt und der primär tumor entsteht und dann hinterher sogar auch die metastasen deshalb bin ich froh über die arbeit die da heißt infections and cancer the 50 shades of immunity hypothesis ich habe das eben schon gesagt das ist sozusagen die erotik denn diesen film kennt ja jeder die erotik des immunsystems wird dann angeregt nicht durch komische bilder sondern eben halt durch erreger dann kommt eine gemengelage sozusagen ins rutschen so wie man eine lawine auslösen kann wenn man mit dem ski in einen berghang fährt der gerade frisch beschneit ist mit ein oder zwei meter schnee und unten eben keine haftung zum boden existiert dann rutscht das ganze und ich glaube diese graustufen um die es hier geht diese 50 shades sozusagen ich sind ja die graustufen das sind die graustufen die die infektionskrankheiten lostreten können die also schattierung sozusagen unseres immunsystems darstellen und das wichtigste ich habe das eingangs schon gesagt ist die homeostase das heißt der ausgleich dass jenen und jangen was ja heute jeder kennt jedes kind kann das schon diesen begriff gehen und jangen reproduzieren oder wiederholen aber das ist einfach das wichtig die balance das kann der ph wert sein das kann aber auch diese vorgänge die ich eben beschrieben hat an den membranen sein überall da wo störungen auftreten wo also durch umweltschadstoffe durch gifte durch toxine durch viele andere sachen auch natürlich auch durch falsche ernährung oder durch mangel erscheinungen können eben halt prozesse angeschoben werden die eben halt zur krebsentwicklung führen das könnte man im wesentlichen so zusammenfassen die zelle hat ja ein begrenztes leben und dann stirbt die und gleichzeitig wenn einer stirbt mit einer geboren und das führt dazu dass wir auch da ein equilibrium haben ein ausgleich ich habe immer die gleiche zellzahl wenn jetzt irgendeine zelle gestört ist wenn sie sich krebsartig verändert sozusagen und kann nicht mehr sterben was passiert dann es bilden sich nach wie vor immer die gleiche menge zellen neu und jetzt bleiben die alten aber am leben das ist ein tumor das heißt das zellgewebe wächst ich habe also jetzt mehr netto mehr als vorher und die frage ist ja wie kommt es zum abschalten der sogenannten apoptosis das ist also die uhr die eigentlich gestellt wird wenn man geboren wird und wenn die zelle selber geboren wird durch teilung dann ist eine uhr wecker der rückwärts läuft und der vorgang des sterbens nachdem der wecker klingelt sozusagen das ist die apoptose und das interessante an den krebsphänomen nenne ich sie jetzt mal ist dass die zelle die fähigkeit verliert zu sterben das heißt heute gibt es von helga lange das kann man ruhig sagen weil es weiß jeder der sich mal mit krebsforschung wie ich auch beschäftigt hat im rahmen auch unserer umweltmedizinischen untersuchungen und forschung nicht gemacht habe von helga lange kann man die sogenannten helazellen helga lange helazellen die kann man heute noch in der kultur halten das heißt die frau ist schon lange tot die helga lange aber die zellen existieren überall da wo über krebs geforscht wird vielleicht mal eine interessante untersuchung die gemacht worden ist und zwar in einem umweltinstitut wo zwei sehr berühmte für mich persönlich berühmte leute sind die viele gar nicht kennen sing und lai sing ist inder und lai ist chinese und die haben einmal folgendes gemacht um da auch gleich mal zu sehen wie mögliche zusammenhänge gedacht werden können sie haben in einem reagenzgläschen die helazellen diese sterben ja nicht die haben die apoptose die fähigkeit zu sterben selbst zu sterben wenn der wecker schält sozusagen die verloren jetzt sind sie hergegangen haben da achte mesinin reingeschüttet achte mesinin ist eigentlich ein antimalariamittel das ja spannend und was ist eingetreten immer wieder sofort fingen an diese helazellen zu sterben das heißt mit dem achte mesinin konnte ich also die helazellen zum sterben bringen könnte man also sagen das ist ein antikrebsmittel wir sehen das heute auch die publikationen zeigen wenn man zum beispiel darmkrebs also kolonkrebs zum beispiel hat dann sieht man die chemotherapeutische anwendung hat dann manchmal am ende noch einen zusatz was da alles drin ist dann steht dann hinten noch als letztes achte mesinin also hat man auch da verstanden in der krebsforschung bei der anwendung der chemotherapeutika das offensichtlichen zusatz von dieser substanz die da drüben in diesem institut mit sing und lai eben untersucht worden ist offensichtlich dazu führt dass bei den krebszellen die apropose wieder einsetzt das heißt also dann stirbt sozusagen die krebszelle und dann geht natürlich der tumor auch zurück ich will jetzt nicht auf die komplizierten chemotherapeutika ich will auch nicht auf die komplizierten krebs therapien im einzelnen eingehen was mich interessiert hat was mich sogar sehr ja erstaunt hat dass auf einmal eine substanz eigentlich ein kraut das ist ja wilder beifuß der chinesische wilde beifuß ist das achte mesianua dass der dazu führt dass die apoptose erstmal wieder eingeschaltet werden kann da gibt es zwei möglichkeiten entweder weil wir sind ja bei der infektion entweder wird die zelle gezwungen durch die substanz zu sterben oder es gibt in der zelle irgendetwas was permanent den wecker wieder abstellt so dass kein tod sozusagen erfolgt die apoptose wird nicht bemerkt und die wird auch nicht durchgeführt und ich gehe mit diesem achte mesinin dagegen vor und kann also jetzt den vielleicht erreger wenn es jetzt infektions bedingt wäre es gab da auch hypothesen dass krebs eine chronische malaria infektion ist und dann würde das ja sinn machen wenn ich dann achte mesinin gebe und dann stirbt auf einmal dieser malaria infektion die in der zelle ist und diese infektion unter umständen hypothetisch gedacht verhindert den tod der zelle logisch warum wenn ich in der zelle drin sitzt und die stirbt bin ja auch tot dann würde ich das genauso machen so das heißt wir haben hier zunächst mal durch diese versuche interessante zusammenhänge entdeckt das war aber schon vor langer langer zeit da war die diskussion die jetzt entbrannt ist sozusagen spielen infektionen nicht doch eine rolle noch gar nicht auf dem stand wie jetzt und diese arbeit die ich zitiere von 2017 wir haben jetzt 24 also schon ein paar jährchen her sieben jahre eigentlich die zeigt schon eindeutig und heißt vom titel auch infektions and cancer und dann kommen viele viele kapitel die sollte man sich mal durchlesen wir können im einzelnen auf die zusammenhänge zumindest auf dieses exakt oder auf die zusammenfassung eingehen und versuchen mal ein bisschen die zusammenhänge darzustellen vielleicht sogar an erkrankungen die wir kennen fangen wir gleich mit helicobacter an das weiß heute jeder ist der magenkeim entdeckt durch den wunderbaren auch mittlerweile mit nobelpreis versehenen forscher der damals noch student war marschall berry marschall so hieß er ja der das damals im mikroskop gesehen hat das eben halt in den geschwüren den magen geschwüren plötzlich irgendwas sich bewegt hat da waren erreger stellte sich raus später helicobacter kennt heute jeder heute geht man also nicht mehr mit rollkuren gegen diese komischen gefühle die die männer damals hatten und immer den bauch so gehalten haben schmerzen die man nicht mehr einladen konnte die sich angeblich psychisch falsch verhalten haben sondern es waren eben infektionen die ursache man konnte die bekämpfen sind die weg was wir aber heute finden das sind veröffentlichungen die wahrhaftig zeigen dass es zwischen helicobacter und eben dem krebs eine direkte beziehung gibt das heißt wenn ich nur lange genug wachte und komme erst mal von den eigentlichen leichten magenschwerden zur gastritis und von der gastritis also die entzündung der magenschleimung zu den ulkus erkrankungen von da aus tue ich immer noch nichts weil ich nicht daran denke dass es helicobacter ist der diese ulcera verursacht dann kann ich entweder einen magendurchbruch erleiden wie das gerade eben halt bei einem bekannten eines freundes von mir gestern oder vorgestern passiert ist oder ich kann wenn ich lange genug wachte dann plötzlich zur krebserkrankung kommen das heißt das wissen wir schon helicobacter infektion und das ist für uns ja präventiv wichtig deswegen sage ich ja immer geht auch mal auf meine internetseite schaut euch mal an wie da die diagnostik läuft was man da machen kann rolfjansen rossig.de damit man wenigstens vorher weiß ob ich überhaupt ein risiko habe denn wenn es einen zusammenhang gibt und der ist ja für krebs nachgewiesen und zwar krebs durch helicobacter der magenkrebs sozusagen dann ist da eigentlich ein kardinal fehler begangen worden man hätte vorher untersuchen müssen auf eine ganz bestimmte art und weise nämlich mit einer untersuchung die nicht unbedingt ein gastroskop ist sondern in meinen augen vielmehr eine untersuchung auf antikörper die zeigen mit sehr raffinierten methoden dass hier schon eine chronische infektion besteht die symptome sind alle bekannt haben wir in anderen videos auch schon mal gesprochen da muss man also schon darauf achten das heißt wir haben hier die erste erkrankung die vom mageninfektion über die gastritis zum ulkus oder dann zum krebs führen kann jetzt wird es aber noch doller jetzt wissen wir dass durch bestimmte sexualpraktiken zum beispiel eben halt diese erreger des magens die wir uns auch auf der mundschleimhaut teilweise sitzen können auf dem zahnbelag sein können plötzlich in die prostata des mannes gelangen mehr details brauche ich nicht zu sagen kann sich jeder selber denken der katholisch ist auf jeden fall kommt es durch bestimmte sexualpraktiken interessanterweise ist das auch von einem inder veröffentlicht er kennt den kamma sutra offensichtlich besser als wir und weiß eben halt dass es einen zusammenhang gibt und so gelangt eben der helicobacter unter umständen die prostata des mannes warum frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich sollte ein keim der im magenkrebs verursacht nicht auch hier in der prostata krebs verursachen die antwort liegt auf dem tisch wir wissen eben halt jetzt ist schon belegt dass eben halt prostata krebs durch helicobacter verursacht werden kann das wäre der zweite zusammenhang und jetzt muss man sagen fällt einem wieder dieses buch ein dass die wir ja schon vor über 20 jahren gesagt hat es gibt einen zusammenhang und jetzt fragen wir uns natürlich und das steht auch in dieser arbeit infectious and cancer 50 shades of immunity drin das ist eine hypothese natürlich klar man bleibt ja erst mal im hypothetischen bereich man muss das ja bei 10 20 30 40 tausend patienten erst mal beweisen aber ich meine wir haben ja lange genug jahrzehnte ja schon gehabt wo wir milliarden versenkt haben sozusagen in der krebsforschung da hätte man vielleicht sicher schon mal ein bisschen früher darum kümmern können aber wir sind ja froh dass jetzt die zusammenhänge offensichtlich werden und wenn wir dann die literatur die hier links von mir liegen habe die wir mal nur ganz kurz recherchiert haben betrachte dann sehen wir nicht nur was ich schon gesagt habe bei helicobacter dann sehen wir zum beispiel dass ein keim eigentlich ein parasit ein einzelliger parasit mit dem merkwürdigen namen blastocystis der uns noch beigebracht worden ist als apathogen der aber unter bestimmten bedingungen wenn der patient eben halt krankheiten hat vor erkrankung schwäche des immunsystems unter funktion der schilddrüse und die dinge die ich in anderen videos ja schon gesagt habe plötzlich wird dieser keim vom kommensalen sozusagen zum täter und das was erstaunlich ist auch für uns war das erstaunlich wenn man nachguckt das so zu ist es und zwar ganz bestimmte subtypen ja nicht jeder von der familie ist ja kriminell wenn man jetzt von der mafia redet aber wir haben eben von der blastocystis mafia gelernt dass bestimmte typen eben halt klauen und das ganz bestimmte typen eben halt in diesem falle krebs verursachen also hier ist schon klar dass bei kolorektalen krebs der ja sehr häufig ist bei bestimmten erkrankungen insbesondere wenn die erkrankung schwer wird fast immer blastocystis nachweisen können das heißt das ist der nächste keim auf den wir uns konzentrieren müssen und die zusammenhänge müssen klar gemacht werden wie kann ich denn eigentlich von der infektion zu der krebserkrankung kommen ich hatte das eben angedeutet mit dem beispiel von sing und lei dann haben wir einen anderen erreger der extrem häufig ist wo die engländer sagen community acquired infection das sind die mykoplasmen und die chlamydien das sind also erreger die wir durch anhusten durch gespräche intensiver art oder in schlange stehen oder große veranstaltungen völlig egal können wir die jederzeit bekommen teil unserer grippalen infekte übrigens oder unser bronchitis infektion da sehen wir hier relationship between mycoplasma and cancer also der zusammenhang zwischen mykoplasma und krebs auch da ist effect of fiction das heißt das wird am anfang immer gefragt weil wir bis jetzt ja gelernt haben krebs kommt nur durch rauchen und durch dies und bestrahlung und so weiter jetzt muss man erst mal die leute langsam anfüttern und erst mal stellt man diese frage fact of fiction ist es also fakt oder ist es ein bildung heute heißt das ja eigentlich fake news aber in der wissenschaftlichen literatur steht das glücklicherweise noch nicht im titel sondern man sagt ist es richtig oder nicht das heißt wir sind im moment noch in der arbeitshypothese aber es werden immer mehr täter identifiziert immer mehr erreger wir können das auch bei frauen im unterleib zum beispiel frauen die eben halt unterleibsinfektionen haben neigen viel mehr zu krebs was war denn mit hpv warum hat man denn da vorgeschlagen das zu wobei man sich über die natürlich gedanken machen muss wenn eben halt zwei sagen wir mal zehn typen existieren und ich habe nur vier typen gegen dich dann frage ich mich einfach von der logik unabhängig von der wirkung frage ich mich ja was mache ich denn wenn ich einen neuen partner habe frage ich den hast du 97 11 und 13 und ich bin jetzt geschützt gegen 25 und 9 was mache ich jetzt gehe ich nicht mit dem ins bett also ich kann das ganze nicht ganz verstehen wenn es nur einen typ gibt könnte man ja eher noch sagen das ist in ordnung aber wenn es jetzt mehrere typen gibt wird es jetzt kompliziert fakt ist aber dass durch die virusinfektion krebs erkrankungen vorgeschoben vorangeschoben werden und wir sehen ja auch bei frauen chronische unterleibsinfektionen die gar nicht erfasst werden urea plasma zum beispiel oder chlamydia trachomatis wird oft nicht untersucht da werden abstriche gemacht mit denen man nichts findet dann heißt es du hast nichts und dann wenn man das aber auf antikörper teste auf immunofluoreszenz teste dann kapriziert dann sieht man da ist ja ein hoher antikörper wert oder wir haben sogar eine aktive infektion direkt nachzuweisen wenn ich die 10 15 jahre mit mir rum trage dann muss ich davon ausgehen dass ich möglicherweise im unterleib krebs bekomme und deshalb gibt es auch diese mykoplasma genitalium so heißen die auch schon das sind also erreger die man aus dem genital trakt der frauen dass man es abstreichen kann oder eben halt auch im antikörper nachweisen kann wenn der abstrich negativ ist was sehr häufig leider der fall ist warum weil beim abstrich ja nur das was oben auf der schleimhaut der scheide zum beispiel drauf sitzt auf der schleimhaut der scheide sitzt aber nur zum beispiel streptokokken staphylokokken und diese erreger mykoplasma sind intrazelluläre erreger da muss ich der frau ja und die schleimhaut rausreißen dann kommt die aber nicht mehr wieder in die praxis also muss ich einen indirekten weg finden ohne die frau da unten zu verletzen indem ich einfach blut abnehmen und dann gucke ich mir die antikörper abend dann finde ich mykoplasma genitalium was steht das hier mykoplasma genitalium and cancer brief review das heißt das ist nicht eine erstarbeit das ist review das heißt das gibt es schon viele viele arbeiten die jetzt hier in dieser review zusammengefasst sind und ich könnte schritt für schritt jetzt weitermachen und mehrere keime entdecken und auch beschreiben die eindeutig eben halt zur infektion führen ja also zusammengefasst und chronischen infektion entschuldigung und natürlich dann zur krebserkrankung zusammengefasst kann man sagen infektionen oder chronische infektionen können ein direkter oder ein indirekter auslöser von krebs sein das wurde auch schon ist es nicht erst seit heute bekannt sondern du hast dich mehr auf das buch berufen wo das die weh auch schon vor 20 30 jahren gesagt hat ich denke mal das waren auch zeiten in denen man der weh auch noch mehr trauen konnte die hat sich in den letzten zeiten auch nicht unbedingt mit rum bekleckert und ja jetzt ist ja die frage du hast schon einige beispiele genannt helicobacter im magen oder auch in der prostata jetzt dann auch bei den im weiblichen genitalbereich hast du auch beispiele gerade genannt gibt es da noch weitere sage ich mal beobachtung oder ja treter wo du sagst hey erreger x kann krebs y kann da beteiligt sein ja ich hatte ja eben zu eingang gesagt dass das equilibrium also das gleichgewicht das hin und her erhalten bleiben muss wir haben gelernt dass durch die fasern die wirklich wie glas nadeln sind oder ja wirkliche blutabnahme nadeln die stechen eben halt in diesem falle die zellwand an und dann gibt es ein leck und dann fließt was aus was da gar nicht hingehört wir sehen aber auch in organen nehmen wir mal wieder den unterleib der frau wo es eben halt übrigens eine arbeitskollegin von mir hat sich darüber habilitiert über die schistosoma infektion pärchen egel ist also eine wurmerkrankung die aber eine unangenehme eigenschaft haben die geben jede menge eier ab und diese eier haben eine ganz bestimmte form die haben einen pol der ist sehr spitz und ist so spitz wir erinnern uns wieder an die asbestfasern dass er auch hier wieder zur penetration des gewebes führt und wenn das permanent der fall ist und permanent dadurch störungen im equilibrium entstehen in dem ausgleich in dem jen und jagen dann führt das auch zu einer krebserkrankung und das sind diese spitzen eier schistosoma hematobium zum beispiel da ist das bekannt das bedeutet also auch parasiten die das gleichgewicht durch die permanente anwesenheit übrigens auch von ihren giften die auf der oberfläche meistens drauf sitzen aber durch heute physikalische eigenschaften können die durchaus eben halt hier zur verletzung des gewebes und zwar zu einer dauerhaften chronischen verletzung führen und das chronische ist ja so wichtig deswegen spielen die chronischen infektionen auch so eine große rolle nicht nur bei den eiern bei den schistosomen also bei den würmern sondern vor allem auch bei den viren zum beispiel das heißt ich habe eben halt ja steter tropfen hüllt den stein phänomen denn es ist ein unterschied ob ich jetzt eine ebv infektion bekomme die akut ist abläuft und dann vorbei ist oder ich habe eine chronische ebv reaktivierung wenn also epstein-barr virus reaktiviert wird und diese chronische infektion die jetzt entstanden ist diese permanente immunstachel sozusagen wenn der nicht erkannt wird und beseitigt wird da kann man dann lange darüber philosophieren wie man das macht da gibt es auch ursachen und gründe dafür dann führt dieser permanente immunstachel eben halt auch zu einer protegerung zu einer verbesserung der bedingungen die krebserkrankungen eben halt fördern und was ich in dem anderen video uns auch gesagt habe dass wir vom immunsystem ausgehen müssen als ein stuhl der normalerweise wenn ich gesund bin der gerade steht auf den ich mich setzen kann ohne darunter zu fallen das wären also die vier beine des immunsystems th1 th2 th17 und t-rec ich will jetzt nicht auf die unterschiede eingehen wichtig ist nur auch hier spielt die balance eine rolle und jetzt kommt eine ganz unheilvolle kombination und das ist das auch bei einer der wesentlichen gründe warum die infektionen so eine große rolle spielen und zwar genau die um die wir uns kümmern genau die wo wir darauf hinweisen auch in meinem video was er euch angucken sollte unter der seite rolfjansen rosshek.de wenn er da richtig scrollt dann findet ihr das auch jetzt kommt es zu einer unheilvollen allianz sozusagen denn die chronischen infektionen die haben den hauptfeind th1 da sind die scharfen waffen der kugelhagel der th1 immunantwort zerstört die intracellulären erreger das wissen die die ersten natürlich in der vorderen front die fallen und die anderen sagen border müssen wir was machen wir wollen nicht in den kugelhagel das heißt jetzt wird über die evolution erlernte möglichkeiten parasitischer natur wird das immunsystem verändert es kommt zum verschieben auf die th2 lage das heißt die stuhlbeine werden so abgesägt das th1 bein wird abgesägt und der stuhl hängt jetzt schief und jetzt habe ich nur noch die immunantwort th2 zur verfügung die ist aber eigentlich für extrazelluläre erreger die wirkt kaum auf intracelluläre erreger und jetzt habe ich zwei phänomene erstens kann sich die chronische infektion etablieren zweitens das kann man hier nachlesen das nennt sich th2 polarized immune response das heißt wir haben eine polarisierung eine verschiebung eine disbalance in richtung th2 und just das sind jetzt die leute und das sieht man die eben bei bei lungentumoren bei kolorektalen tumoren bei pancreas tumoren und so weiter das haben die genau das problem dass sich diese leute die im th2 schiff sich befinden hervorgerufen durch die intracelluläre erreger dass die besonders krank werden und eher sterben und die man auch schwerer therapieren kann das heißt ich müsste jetzt eigentlich erstmal erkennen wenn ich eine krebserkrankung habe oder vielleicht schon besser im vorfeld ob eine solche th1 th2 verschiebung vorliegt das kann man ganz einfach abtesten über immun teste die jeder heute machen kann für ein apple und ei will ich mal sagen gleichzeitig muss ich fragen wo kommt der schiff denn her wer war denn der verursacher also wieder die ursachen suche nicht die symptomtherapie dann erdenke ich die erreger 2345 wir haben manchmal leute die haben 10 12 laufende erreger die genau diesem muster entsprechen die genau diesen schiff von th1 th2 machen und damit den patienten erstmal in eine vulnerable situation nämlich eine unfähigkeit krebs erkrankung schon im entstehen abzuwehren die wird diesen patienten genommen durch die chronischen infektionen die intracellulär sind die eine manipulation des immunsystems auf dauer herbeiführen es sei denn ich finde die es sei denn ich suche die und bekämpfe die dann kann ich den patienten also aus der risikozone herausbringen das heißt die chronischen infektionen sind der vorbereiter der krebserkrankung das heißt ich muss auf jeden fall die leute schon vorher screenen um zu sehen wer ist denn im krebsrisiko überhaupt wenn ich also sehe da sind intrazelluläre erreger die zum th2 shift führen wie wir das nennen dann weiß ich ja jetzt habe ich für alle umweltgifte für alle anderen ursachen und oft sind ja die erreger nicht die direkte ursache des krebses sondern sie bahnen eben halt den weg zur krebserkrankung das ist das entscheidende das heißt die präventiven maßnahmen das schreibt ist nicht von mir das schreibt dieser auto hier in diesem falle benjamin roch heißt er ja der schreibt das mit einigen co-autoren noch dabei bmc cancer heißt das journal ist british medical cancer journal ist das da kann man das also auch nachlesen da wird sehr schön erklärt wie man eben halt nachdenken muss wie man jetzt umfänglich diagnostizieren muss muss den patienten unter ganz anderen blickwinkel betrachten ich habe das so schön gefunden da gibt es einen wunderbaren mann broxmeier heißt der der schreibt eben halt über bestimmte erkrankungen wie aber look das ist was wir brauchen wir müssen mal in die andere ecke gucken wo wir normalerweise den kopf nicht hin wenden die aber look guckt einfach mal woanders hin dann sehen wir also diese zusammenhänge dass die chronischen infektionen die fast alle haben wenn die reaktiviert sind wenn die also sozusagen unser immunsystem dominieren sägen uns das stuhlbein th1 ab dann sind wir prädestiniert für die jede krebserkrankung und ich habe es ja vorgelesen das waren eben nicht nur irgendein krebs sondern fast fünf sechs sieben verschiedene krebsarten dann sind die leute schwerst benachteiligt werden schneller krank haben vielleicht mehr metastasierung und sind unter umständen auch schwerer zu therapieren möglicherweise gar nicht mehr zu retten weil ich die ursache die dazu geführt habe nicht entdecke weil ich an diese zusammenhänge nicht denke weil die klassische krebsforschung sich jahrzehnte um diese ursachen nicht gekümmert hat langsam gibt es ein meinen augen spätes erwachen aber ist ja noch nicht zu spät das heißt viele die noch leben die nicht viele meiner familienmitglieder sind ja alle an krebs gestorben lungenkrebs hirntumor mein vater lungenkrebs hatte mein großvater und so weiter und so weiter hätte man das gewusst hätte man anders vorgehen können wir haben heute die möglichkeiten wir können die chronischen infektionen die dazu führen zu diesem phänomen können wir analysieren diagnostizieren und sogar auch therapieren und wenn wir das können dann müssen wir das auch gefälligst machen und das ist meine sozusagen mein appell denkt daran auch ihr könntet infiziert sein und dann kann man wenigstens im vorfeld fragen ist das für mich ein thema oder ist es keins wenn es eins ist muss man sich kümmern wenn es keins ist kann man das abhaken es geht aber nicht darum dass man sagt alle krebserkrankungen werden durch infektionen hervorgerufen aber wenn ich eben halt den test machen lasse von vielleicht 568 oder zehn erregern die überhaupt dafür in frage kommen die zum großen teil hier auch schon beschrieben sind und guck mir das einfach an dann kann ich ja selber entscheiden wenn mich das nicht interessiert wenn hier die antwort steht du hast 12345 laufende infektion möglicherweise noch keine symptome möglicherweise dann bist du trotzdem schon sozusagen geprimed und das ist genau was die hier in der arbeit schreiben dass man durch seine immungeschichte durch seinen lebenslauf der infektionen könnte man den auch nennen dadurch wird man geprimed und das ist die neue erkenntnis die sich aus dieser arbeit auch ergibt und das sind die graustufen von wen denen die sprechen und das sind eben mehr als nur eine ursache das sind ganz bestimmte raffiniert und ich habe jetzt auch nur den th1 th2 schiff sozusagen in den vordergrund gestellt um das nicht so kompliziert zu machen man weiß aber so viel heute über das immunsystem dass man wirklich jetzt sagen kann was können die erreger denn weitere veränderungen verursachen und welche sind davon möglicherweise deshalb interessant weil sie dem krebs ermöglichen viel besser die krebserkrankung zu etablieren den primär tumor schnell wachsen zu lassen und möglicherweise auch zur metastasierung zu führen und da sind eben halt genau in dieser arbeit die wesentlichen sachen drin die man ganz entscheidend wichtig schon vorher erkennen kann wer ist also im risiko und das ist nicht immer genetisch wir haben das ja begriffen und wir haben uns jahrzehntelang mit der genetik beschäftigt da sind milliarden reingegangen aber das waren nicht noch nicht mal die halbe miete heute wissen wir vielmehr dass die epigenetik so große bedeutung hat und die epigenetik wird wieder bedient genau von den erregern die wir nachweisen können indem wir eben halt die richtigen untersuchungen in den richtigen laboren machen und dann können wir einordnen und auch sagen möchte ich damit rumlaufen mit einer chronischen mykoplasmen mit einer chronischen borrelien oder chronischen anderen infektionen auch helicobacter spielt eine rolle hatte ich am anfang schon gesagt nein das wollen wir natürlich nicht wir wollen das wissen deswegen schicken wir unser blut ein und wenn der arzt nicht mitmacht dann müssen wir es alleine machen ja das geht auch dann habe ich ein ergebnis muss ich mir halt dann doch ein arzt suchen der natürlich hinter der lage ist entsprechende therapie durchzuführen das kann man ja nicht alleine ich will ja auch nicht dafür plädieren dass der patient jetzt seine therapie selber macht ich will nur sagen dass man wenn man einmal fakten auf dem tisch hat und die kann man sich erwirtschaften dann kann man auch anders reagieren und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr schwung um zu sagen hör mal zu freundchen ja jetzt möchte ich gerne mal wissen gibt es da zusammenhänge oder nicht aber nicht vergessen es sind ja noch hypothesen und die werden so lange als hypothesen eben halt bezeichnet bis man den hundertprozentigen beweis hat aber ich kann jetzt schon sagen anhand dieser arbeit und viele viele andere ich möchte keine chronische helicobacter infektion haben die möglicherweise unter welchen bedingungen auch immer bei mir zum magenkrebs führt dann werde ich die natürlich beseitigen ist ja klar ich möchte auch keine chronische mykoplasma infektion haben warum eigentlich ja es gibt leute die haben ständig bronchitis oder die haben chronische lungenprobleme dann muss man abklären ob das wirklich asthma ist oder ob hinter dem asthma nicht möglicherweise eine chronische mykoplasma infektion steht die mich möglicherweise in die nähe einer krebserkrankung bringt lungenkrebs mein großvater ist daran gestorben es gibt ja so ein phänomen was ich erst seit kurzer zeit vorne ist und zwar thema turbo krebs und ich habe das gefühl da sind sind noch einige neue löcher hinzugekommen auch seit dieser geschichte und auch mit der entsprechenden dazu kannst du dazu noch was sagen auf die krebs thematik dann haben die leute ganz ganz schlechte karten und es kann gut sein dass eben halt jetzt durch komplexe vorgänge die im einzelnen noch nicht verstanden oder untersucht worden sind dass es dazu noch ungünstiger wird wenn man eben bei bestimmten personen mit einer eingreift die möglicherweise das immunsystem in diese oder jene richtung bewegt rechenden entzündungsprozess oder bei einem krankheitsprozess der über jahre dauert dann wird doch viel mehr verbraucht an mikronährstoffen viel mehr als vitaminen viel mehr an protein viel mehr an bedarfsstoffen gehen doch dann verloren wenn die leute in chronischen krankheitsprozess haben und es nützt aber nichts sind alle möglichen mikronährstoffe zu geben 1000 euro vielleicht nahrungsergänzungsmittel auf den tisch zu legen ich muss doch wissen wo das loch im eimer ist wir sehen aber jetzt dass die erreger die in unserer praxis diagnostiziert werden in der onkologie immer größere bedeutung gewinnen und dass einige onkologen sich jetzt schon viel intensiver damit beschäftigen aber sie appellieren auch gleich wir haben viele viele dinge versäumt zu beforschen das müssen wir jetzt schnellstmöglich nachholen um den patienten die chance zu geben so ich habe jetzt mal auf den pause button gedrückt weil ich viele videos nicht mehr komplett und vor allem nicht unzensiert auf youtube veröffentlichen wenn du das komplette video sehen möchtest es kommen noch knapp 20 minuten videomaterial dann klick einfach hier unten auf den ersten link in der video beschreibung dann kannst du das komplette video 100 prozent gratis anschauen dann gibt es ja noch viele spannende informationen für durch wir sprechen unter anderem auch über das phänomen turbo krebs und welche hintergründe es da geben könnte genau also wenn du das komplette video sehen möchtest klick auf den ersten link in der beschreibung und dann sehen wir uns wieder im vollständigen video bis dahin euer Sören Ciao bei der